In wilden Zeiten ist es ja manchmal so, dass man zwar meditieren möchte, aber irgendwie keinen Raum dafür hat. Und ich möchte heute sechs Tipps geben dazu, wie du trotzdem vielleicht dein Verstand mit tausend Sachen beschäftigt ist und die Umstände schwierig sind, wie du trotzdem eine Abendmeditation machen kannst. Sechs Tipps für eine Abendmeditation zu Hause, möchte ich noch sagen. Und da ist schon mal der erste Punkt ein ganz wichtiger und der heißt lieben. Das fängt nämlich an damit, dass du gerne meditieren möchtest. Wenn du überhaupt keine Lust zu meditieren hast, dann nutzt alles nichts. Dann ist es am besten auch nicht zu tun. Wenn du aber Meditation liebst und nur eben das Gefühl hast, es ist heute wirklich alles schwierig, dann kann ich eben ein paar Tipps geben. Und zwar einmal regelmäßig meditieren. Also jeden Tag zum Beispiel. Und es muss ja nicht lange sein. Es kann ja zehn Minuten nur sein. Im Mediklub sind wir jeden Tag um sieben Uhr, zehn Minuten sitzen wir zusammen zu verschiedenen Themen. Wenn du da also Unterstützung brauchst, kann das ganz toll sein. Was auch gut ist, ist immer am gleichen Ort zu meditieren. Also am gleichen Sessel oder im gleichen Eck. Weil da baut sich mit der Zeit so eine Energie drauf auf. Also dann fällt es einfach leichter. Der Sessel, der ruft dann schon immer um 19 Uhr. Und dann fällt es leichter, auch in Meditation zu gehen. Was auch toll sein kann, ist immer das gleiche Gewand anzuhaben. Oder auch nur einen Schal anzuhaben, der sozusagen einen immer wieder erinnert dran. Ah, jetzt ist die Zeit für Meditation. Und was die Sufis zum Beispiel auch machen, ist immer einen gewissen Duft auflegen. Der Sinn ist, dass man sich mit einem bestimmten Geruch daran erinnert, dass jetzt die Zeit für Meditation ist, für loslassen. Wenn du also Lust hast, zu meditieren, wenn du das liebst, dann fang eine gewisse Disziplin an. Der zweite Tipp ist, aussteigen. In wilden Zeiten, da ist man zu. Da ist das ganze System zu. Und da ist es notwendig, auszusteigen. Sprich, sich vor der Meditation zu bewegen. Du kannst joggen gehen, du kannst achtsam gehen, einfach nur in deinem Haus zum Beispiel. Du kannst tanzen, deine Lieblingsmusik auflegen und tanzen. Du kannst atmen, du kannst dich schütteln. Es ist ganz egal was, aber bewege deinen Körper und lass dich aufschütteln. Lass die Energie ganz anders werden, damit du jetzt hier in diesen Moment leichter kommst. Und dann sind wir schon beim dritten Punkt und das ist einsteigen. Und zwar einsteigen in sich selbst. Die Bewegung, die kann fünf bis zehn Minuten sein und dann setzt du dich hin und wirst erst mal still und gehst in dein Zentrum, innen im Bauch, entspannst und steigst sozusagen bei dir ein. Du bist ausgestiegen aus der Welt und deinen Gedanken und steigst jetzt bei dir ein, in deinem inneren Zuhause. Und dann kommt die nächste Phase. Zuhören. Du kannst einer schönen Musik zuhören. Ich empfehle aber einem Meister zuzuhören. Ein Meister ist jemand, der diesen Zustand von zu Hause ganz natürlich und dauernd und immer um sich herumträgt. Das heißt, wenn du dich ihm näherst, dann kannst du das aufschnappen. Ganz egal was der sagt. Es geht nicht darum, was er sagt. Es geht darum, wie er ist. Denn er spiegelt dir diesen Zustand, innen im Bauch zu sein, in seinem Zentrum zu sein, offen zu sein, in Meditation zu sein. Den spiegelt er dir, während er spricht. Auf YouTube gibt es unendliche Videos von Meistern. Du musst auch, wie gesagt, nicht die Sprache sprechen. Wenn du kein Englisch sprichst, das ist kein Problem. Was wichtig ist, ist, dass du dich zu jemandem setzt, wo du das Gefühl hast, der hat irgendwas an sich. Dieser Mensch, der hat irgendwas. Dem möchte ich zuhören. Und das tust du dann zehn Minuten oder wie lange du eben magst. Und dann kommt der nächste Schritt und der heißt sein. Das heißt, dann schaltest du das Video aus und dann bleibst du in diesem Zustand, in dem dich der Meister eingeführt hat. Also du bleibst noch mal alleine ohne die Hand des Meisters. Bleibst du einfach still sitzen. Genieß diesen Zustand ohne den Meister. Du brauchst keinen Meister zu haben, wie gesagt. Ich benutze jetzt das Wort Meister, aber das kann jeder sein. Jeder, zu dem du irgendwie einen Bezug hast, der dich berührt. Und schließlich kommt dann als letzte Phase Feiern. Und das kann heißen, tanzen, Witze lesen, sich was Feines zu essen machen. Was immer das für dich heißt. Feiern ist gut, weil sich dadurch diese Stille auch im Körper manifestiert. Ich wiederhole es noch mal. Der erste Punkt heißt lieben. Du musst Meditation auch irgendwo lieben. Sonst ist es schwierig, in wilden Zeiten in Meditation zu kommen. Such dir einen gleichen Ort, eine regelmäßige Zeit. Und wenn du magst, auch ein gleiches Gewand und einen gleichen Duft dazu. Dann kommt eigentlich die erste Phase der Meditation, ist aussteigen, sich bewegen. Die zweite Phase der Meditation ist einsteigen, still sitzen, nach innen gehen. Die dritte Phase, einem Meister zuhören. Das kann übrigens auch Beethoven sein, wenn du das Gefühl hast, dass da ein Meister sitzt, der dir was Tieferes sagen kann, der dir über seine Musik etwas Tieferes vermittelt, dann kann das auch Beethoven sein. Und die nächste Phase ist dann einfach still sein. In dieser Tiefe, die du erfahren hast, über den Meister alleine zu sitzen und dann feiern. Wie lange du diese Meditation machst, das bleibt dir überlassen. Genauso wie die einzelnen Phasen, die kannst du ganz nach deinen Belieben gestalten. Dieser Ablauf hat sich einfach nur bewährt, um in wilden Zeiten leichter in seine Empfänglichkeit und zu sich zu kommen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.